Into the sun And my eyes Hallo, da bin ich wieder zurück mit Terraria und meinen Jungs von Amisier Tablette Hallo, Franschi Guten Tag Hallo, Hartmann Warum beklingst du so gestresst? Er fragt mich so doof Es funktioniert alles hier nicht bei mir Das ist typisch, wie immer Warum sollte es auch einfach mal so funktionieren? So, und ich hab hier noch gar nichts mitgekriegt Hier sind so coole Hasen mit Weihnachtsmützen und so Da hinten ist eine Geschenkblase, oder? Da hinten Ja, so eine Weihnachtsbubbel Blubbel Verdammt, ich muss mich hier durchblühen Also ich hab tatsächlich damit angefangen noch weiter runter zu gehen und mich mal in eine andere Richtung zu buddeln Wie, du bist Okay Wir bräuchten jemanden mit Dach also der Dach, der ein Dach fertig machen kann und mir Ähm, am besten Brauchen wir Holz dafür? Oh, hier, guck mal Ich werf dir was an den Kopf Jetzt hast du auch so Das ist ja gerade hell Vielleicht sollte ich mal ganz kurz Holz holen, wa? Ähm, ich brauch jemanden mit Fackeln Ja, ich bin ja da Achso, gut Oh, hier ist eine Höhle Nein! Die hab ich zwar vorher nicht gesehen, aber Da rauf springen auf die Blubbel Weil's Geschenkblubbel sind, oder warum? Das ist neu Das Wasser Oh, da hat er doch noch gern fallen lassen Ja, auf die Blubbel sollte ich glaube ich nicht rauf springen Das ist nicht so gut Das hat irgendwie mir nichts ausgemacht Keine Ahnung, warum? Klingt komisch Ist aber so Da unten ist ne Vase Oh Sag mal Ich seh das Problem Haben wir hier überhaupt noch Bäume irgendwie? Ich musste Ich sauf gerade ab Ich muss mal weg, weil ich seh nichts mehr Da muss ich mir eben mal Fackeln passen Oh, ich sauf immer wieder Oh, oh Oh shit, oh shit Fledermäuse Ich sauf ab So wie, du siehst nix Nimm nur die Fackel raus und geh auf den Vorsprung Ich kann nicht, weil ich im Wasser bin Oh Mann, ey Kann man jemanden knickelig hier reinwerfen, oder so? Nee, ich hab dir das knickelig gegeben Was? Ja, du hast knickelig da Hab ich dir auch grad gesagt Mann, Mann, Mann Ich kann nicht mal hämmern Ich kann nicht mal hämmern Ja, das ist traurig Oh, das ist das Falsche Ich will das Herstellungsmenü Jetzt sauf ich wirklich ab gerade Ach Gottchen Los, Wasser weg Wasser weg Wasser schnell weg Weil wir haben ja auch noch ganz viel Holzreserven Haben wir? Warum renne ich dann hier? Habt ihr eigentlich mal neue Bäume gepflanzt? Hab ich noch Bäume? Äh, Pflanzen Ja, wir wollten ja eigentlich mal oben Bäume pflanzen Aber irgendwie ist ja auch irgendwie nie was geworden Doch, ich hab die gepflanzt Ja, aber daraus ist ja nie was geworden, meinte ich Achso, die sind nicht gewachsen, meinst du? Die sind ja nie groß geworden Sag mal Sag mal, bin ich bescheuert? Ich bin bescheuert Sag nichts Ah, Fledermaus Oh No comment Was ist denn hier los, ey? Der, 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 aber Doch, hier sind doch Bäume Warum wachsen die nicht? Muss man die düngen? Weiß ich nicht Wann das? War die düngen? Und ich komm mal wieder runter So, ich bin jetzt Ich will dann, wenn ich da mal nach links graben Ja, gut, dann komm ich auch mal mal Wie weit ich hier fallen kann, ey Ja, wir haben uns echt tief gebuddelt Bis, äh, äh Ha, ha, Quatschfrau ist nicht gesprungen So, jetzt muss ich ja irgendwie Was, was brauchen wir denn für ein Dach? Wie funktioniert denn das? Wie du möchtest Du kannst hier irgendwelche Steine nehmen Und Blöcke nehmen, die unten in den Truhen sind Und dann bastelst du dir da oben Einfach ein schönes Dach vielleicht Also wir bauen jetzt nicht weiter nach oben, ja? Ne, wir haben ja nach unten gebaut Ja, ja, das war die Frage Wir bauen jetzt nicht weiter nach oben Nö Achso, das sind hier die Goldziegel Ist das das Dach? Goldziegel? So was? Nein, also roter Ziegel Du kannst ja in die lilafarbene Gruppe schlüpfen Damit wir sehen, wo du stehst Ah, ja Ja Ey, 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 du mieses kleines Mistvieh Ich hab nichts gemacht Ne, du nicht Ich würde dich auch nicht Mistvieh nennen Oh, wir haben einen Webstuhl Das ist ja cool, der ist neu So, was gibt's denn hier alles? Ich weiß nicht, heißt das Dach einfach, oder? Weiß ich nicht Weiß es leider auch nicht Holzwand, Steinwand Das sind doch bestimmt Siegel, oder? Roter Ziegel, grauer Ziegel Schätze ich doch mal, oder nicht? Oh, fuck Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie einen Kack baue Baut man das auch wie ein Dach, so Dachmäßig? Ja, du kannst der freier Ich glaub, der in der Fantasie freien Lauf lassen Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich so Wie ein Dach da hinbauen Oder ob du da bauen kannst, mal wie du magst Würde ich jetzt glatt dir überlassen Überhaupt so eine Dächerdirektion Achso, man kann ein Dach aus Lehm bauen Oder lieber aus Stein Ist das wahrscheinlich besser, ne? Aus Stein ist besser, ne? Ja Ja Dann guck ich mal Ich hab hier Eisenerz gefunden Hm, wo haben wir denn hier? Oh Schlick Haben wir keinen Stein? Hä? Doch, da Mal eben mal gut da spinnen und jetzt bei dir Zu dir nicht hin Wo ist es nicht? Mach mal Erzählst du mir jetzt, wo ich so alleine hier bin? Wie viel braucht man denn da wohl so? Ja, aber das ist so ein langer, dünner So ein langer, dünner Oh, da ist der Wurm Siehst du? Hab ja gesagt Mach doch, was du meinst da oben, echt Ich weiß nicht, wie viel man braucht Wieso kommst du denn hier? Da ist auf einmal ein schneller Zombie oder so Ja, der verfolgt mich und der Wurm ist auch hinter mir her Ach, alles scheiße, außer Mutti Sag ich dir Oh nein, jetzt wird's dunkel Ich bin lieber zu Zanzara hoch Da ist, äh Da ist auch nichts besser Ich komm gleich kontrollieren, ne? So, wie geht das jetzt? Ah, wie sieht denn das aus? Ne, das ist schon mal irgendwie doof Oh, es wird dunkel Man muss doch hier irgendwie die Ähm, muss ich die abbauen hier, die Dinger? Wenn ich jetzt hier so ein Dach aufbauen will Wenn du möchtest, kannst du das gerne abbauen Ja, kannst ja Wie gesagt, in der Fantasie ist jetzt keine Grenze gesetzt Bis auf, äh, wenn du Materialien brauchst, dann Musst du die organisieren Kein Golddach, oh Mann Ne, guck mal Das, so geht das nicht Da muss man Achso, aber das geht Das heißt, man könnte hier quasi so So ein So ein Dach bauen irgendwie, ne? Komm mal, siehst du das, Hackbad? So? Ja, das sieht doch schon mal gut aus So Da kommt man natürlich dann gleich nicht mehr ran Da muss ich mir erstmal hier irgendwie so ein bisschen was bauen Damit ich hochkomme Ich brauch eine Leiter Ja, wie gut, dass das so gut klappt Hallo Da ist meine Sitzball auf die Terrasse geklatscht Cool Guckst du mir jetzt beim Bauen zu, oder was? Ja, also so war der Plan Ah, ich bin so ein A-Ai So, hab ich hier die Leiter total zwar gemacht Das wär Mobbing Scheiße Da unten ist ne Meerjungfrau, oh, ich will die auch sehen, so und dann machen wir das hier gerade, würde ich sagen, ne Nymphe, kann man, muss man die, muss man die töten? Du kannst auch aufs Dach drauf springen, wenn du möchtest, also, ja, das ist eine gute Idee, jetzt komme ich natürlich nicht mehr hoch, hallo, du Sack, ey, du blöder Wurm, warte, ich baue dir ein schönes Treppchen, ja, ich hasse das, dafür baue ich jetzt deine Fackel ab, du stehst im Weg, ja, so, ich würde ganz gerne Bombe basteln, so, jetzt kannst du aufs Dach drauf springen, Flammenpfeil, jetzt kann ich auch so bauen hier, ein Bogen und ein Flammenpfeil, das wäre mir vielleicht gar nicht so schlecht, warte mal, warte mal, noch nicht alles abbauen, ich muss auch von der anderen Seite wieder hoch, ich weiß nicht genau, wie weit ich hoch muss. Ich baue mal eben noch ne Werkbank hier, das ein Stein zu viel gesetzt, so wie es aussieht. Ja, hab ich, ich weiß, aber ich hatte keine Lust, jetzt das wieder zwischendurch abzubauen. Kann ich irgendwas bauen, ne, muss ich mal nen Holzbogen bauen, oh shit! Da kommt was hässliches auf mich zu. Was? Ja, nein, nein! Oh shit! Ich bin zu Stein erstarrt! Nein! Ich hab keine Dichs mehr, scheiße, jetzt hab ich kein Ziegel mehr. Jetzt ist er tot. Ja, da wo ich war und mich durchgebuddelt habe, das war nicht so gut. Und dann bin ich jetzt gleich bei euch, dann kann ich wenigstens alles sehen. Tadaaa! Jaaaa! Das sieht doch schön aus, ich geh mal kurz den Wichtel töten. Lass ihn doch machen. Ich glaub so viel brauche ich gar nicht, aber egal. Wer hat denn was? War schonmal Holzwände fertig, ne? Ja, ja. Ich hab ein Present bekommen. Uh! Present? Ja, ein Präsent, ein Präsent halt. Present? Kann platziert werden, right click to open. Right... Right click? Right click. Right click to open. Oh, Eggnog stellt 80 Leben wieder her. Äh? Cool! Okay, ich glaub ich geh mal Zombies töten. Was? Wieso? Wieso hast du das gekriegt? Ich hab ein Zombie getippt, da war ein Präsent drin. Der ist ja cool. Ein präsenter Zombie. Hier war jetzt kein Präsent drin. Ups. Nichtsdestotrotz kann ich mir auch mal eine Sternschnuppe sammeln. Ne, hier will ich nicht. Klapp, hier finden wir die Ziegel nicht mehr wieder. Nein! Eine Sternschnuppe. Wir brauchen auch Holzwände. Okay. Hier haben wir Holz, ganz viel. Da oben eine hübsche Aussichtsbank sozusagen, wo du dich hinsetzen kannst und auf ein Dachgeschoss träumen kannst. Genau. Ah, ich verstehe. Nein! Jetzt hab ich das auch mit dabei. So, wo ist er her? So, hm? Holzwand. Ach, Holzwand kann man nie genug haben. So. Komm, Felix, hier runter, du blödes Auge. Oh, hat er mal echt kassiert gerade. So. Okay. Das ist ein Häschen. Äh. Oh! Was? Wir haben eigene. Erstmal so einen Zombie töten, vielleicht kommt das Häschen rein. Kann man Häschen mit Karotten anloggen? Ne, sowas können wir gar nicht machen, oder? Ne, kann man nicht. Boah. So. Achso, das muss ich ja nochmal wieder abbauen hier. Diesen komischen Dreck. Hm. Der Dreck muss weg. Mal putzen hier. Wir haben Dreck da an der Wand geklebt. Wie kommt denn der da hin? Ja, das fragt man den guten Hackbart. Was? Der baut ja da mit dir. Nichts gemacht. So, ich muss hier mal ein paar Sachen loswerden, Mensch. So. Tja, ne, das war zu viel. Okay, dann gehen wir nochmal nach außen. Hoffentlich sehen wir mich nicht. Nein, äh, doch. Ich komm gleich wieder. Hopp. Läuft. Äscheln. Kann man das nicht mehr abbauen hier? Oh, das sieht doch scheiße aus. Was soll das denn? Jetzt gucken die Holzwände hier außen rüber. Oh. Oh, jetzt hab ich einen Stein abgebaut aus Versehen fast. Nee, doch nicht. Hm. Das ist ja doof. Eine rote Schleife gefunden. Geilo. Aber die kann ich nur nicht so ran machen. Nein! Was? Ich dachte, ich hätte viel zu viel. Oh, scheiß. Immer nur Scheiße. Ja, immer nur Scheiße. Die hätten ganz viele Sachen nur Scheiße. Oh, der Hase blockiert die Tür. Komm rein. So. Wir haben einen Weihnachtshasen. Ja. Das ist ein ganz großes Damen-Tennis. Das war jetzt aber teuer hier. Holzwand. Da unten ist dieser Arsch. Da will ich nicht hin. Haben wir hier noch irgendwo anders? Ja. Achso, ne. Da muss ich ja gar nicht hin. Ah, ich hab auch noch ne grüne Fackel. Die kann da oben auch hin. Wie hast du die denn da hingebeamt? Ich war da eben gerade oben. Da ist noch ne Hase. Lass den rein. Ja, der steht schon wieder vor der Tür. Jetzt geht's. Komm. Oh, gesundheitlich. Andere Richtung, Hase. Andere Richtung. Du musst in die andere Richtung, Hase. In die andere Richtung. Guck mal, das andere ist ein... Oh nein, du hast ihn zerpflückt. Ich hab ihn durch die Haustür geschossen. Oh. Shit. Los, Hase, geh rein. Noch ein Präsent. Noch ein Präsent. Geiler Scheiß, ey. Mach die jetzt alle auf hier. Was? Wo gibt's denn Präsent? Ich will auch mal Präsente aufmachen. Wo gibt's die? Dann mach das da fertig und komm mit runter. Alle, alle, alle. Mach das fertig. Ich bin fertig. Ich muss ja kurz noch die Fackeln hier platzieren. Wo bist du? Die Meerjungfrau ist weg. Ach, nicht wo du bist. Toll. Die ist ewig weit weg, ey, Keule. Was hatte ich denn jetzt da oben drinnen? Irgendwelche Blöcke, glaube ich. Ich hab ein Lebenskristall. Holzwand. Ach, da ist das ganze Holz hin. Hupsi. Okay. Dann, dann. Dann, dann. Tun wir mal den Pilz da vielleicht hin. Nein, das sind da unten ganz viele Zombies. Ehm. Oh, der hat einen Hase getötet, der Zombie. Der Arsch, dafür muss er sterben. Ja. Oh, aber... Ich würde eher sagen, der macht dich fertig. Nein. So. Nope. Danke. Danke. Unser Hasen hauen ab. Nein, der Hasen fällt gleich runter. Nein. Nein, stopp, Tür zu. Tür. Oh nein, der Hase ist runtergefallen. Jetzt ist er wieder oben. Oh shit, was ist das denn? Hier kommen immer komische Viecher, ey. Hä? Okay. Du bist einfach zu weit weg, wir finden dich schon gar nicht mehr auf der Map. Drecksblöcke. So. Ne, warte mal. Machen wir mal so. Nehme ich mal ein bisschen Holz. Granitelementar. Was soll denn das für ein Scheiß? Holzwand? Ah. Hä? Da ist eine Riesenlibelle. Oh, Granitblock. Da läuft. Grauer Ziegel. Ich bin hier nach ganz unten und bin dann nach links gehüpft die ganze Zeit. Hast du ein Riesenkäfer? Ganz nach unten und dann nach links. Okay, aber das merke ich mir. Schlickblock. Immer nach ganz links. Ihr seht sehr altwegs, wo ich bin. Ihr könnt auch euch die Karte aufmachen. Oh, ich stehenschnüppel. So, das ist da. Wenn ihr mal nicht weiter wisst, dann... Tinohr. Fragt mich nicht. Tinohr, Tinohr. Das ist doch Tinohr. Genau, Zinn haben wir auch eine ganze Menge da. Schlickblock. Ne, das war's nicht. Da vielleicht? Ja. Eisenbarren hab ich auch noch. So. Oh, ne Eisenherzader gefunden. Das ist doch wiederum ganz gut. Haben wir dich eigentlich jetzt komplett ausgestattet? Fanzi? Ähm. Mit Eisenherzrüstung? Ne, ich hab noch so ne Holzhose. Die Hose fehlt noch nicht. Die Hose fehlt noch gut. Die Hose fehlt noch nicht. Braune Druckplatte, okay. Hm, was ist das denn? Eine Hose. Na gut, wenn du drauf bestehst, kriegst du auch ne Hose. Ja. Ja, ja, ich bin nach ganz unten und dann nach links. Wo ist denn da für die Kiste hier? Ah, hier sind Blümchen. Okay. Sonnenblume. Wenn du die Karte aufmachst, siehst du mich halbwegs. Nein, nicht wirklich. Achso, das ist noch Golderz. Was? Jetzt wäre gerade hier wieder... Oh, Kacke. Was? Haben wir noch Golderz? Musst du mich mal eben zubauen. Ne. Oh, was mach ich denn hier mit den... Jetzt hab ich noch zwei Holzklappen. Wo haben wir denn hier so ne Scheiße? Äh, ich hab nicht Scheiße gesagt. Verlichte sie einfach. Da... Ah, da ist schon wieder Holz. Das gibt's doch gar nicht. Hier ist alles doppelt. Ich hab noch so ein Lebenskristall gefunden. Ah, okay. Nutzt den jetzt einfach mal. Ja, ja, mach mal. Holztür, die kommt jetzt auch hier rein. So. Sandsteinblock. Brauch ich auch nicht mit. Das hab ich denn hier alles. Das ist aber auch ein bisschen schlecht sortiert hier, muss ich sagen. Genau deswegen. Schmeiß einfach alles rein. Genau, lass alle rein. So, dann machen wir das hier. Das hier ist ne Druckplatte. Brauchen wir bestimmt auch hier oben eher. Ich hab doch Spinnweben. Ist das eigentlich ein Granit-Ghulem? Okay. Spinnweben. Wenn man je tiefer man kommt, desto ungewöhnlicher werden die Monster hier. Oh, guck mal hier. Pass mal auf. Was? Was machst du? Hast du... Ein Weihnachtsgeschenk vor der Haustür. Cool. Aber warum vor der Haustür? Wir brauchen einen Weihnachtsbaum. Ja, wir haben nur keine Bäume mehr. Ja, stimmt. Aber wir haben noch Holz. Ich will jetzt auch mal... Genau, ich will auch mitkommen. So, Tür zu. Ist das hier gefährlich zu fallen? Könnte sein, dass ein Granit-Ghulem euch mal zwischendurch entgegenkommt. Meidet den. Es sind jetzt zwei. Ich hab mich nämlich jetzt eingesperrt. Da oben war noch ein... Grabstein. Ich bin ganz unten, Mensch. Ich bin ganz, ganz unten. Oh, das ist auch ein Grabstein. Moment. Den nehmen wir auch mit. Der muss doch in unsere Grabstätte hier. So. Noch weiter runter? Ja, ne? Und dann nochmal nach links. Also, wie gesagt, ich glaub ihr seid schon zu weit vorbei. Ja? Ach so. Ja, ihr seid nämlich schon rechts unten angezeigt. Bei mir so. Okay. Aber ihr sagt uns ganz runter. Dachte ich auch, ja. Der junge Mann hier. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Also, hier irgendwo, ja? Ich hoffe nur. Ja, und wenn ihr Tab drückt, dann könnt ihr ja die Karte ein- und ausblenden. Dann seht ihr ja halbwegs, wo ich bin. Komm ich hier auch oben rum? Ja. Oh, shit. Ah, jetzt komm ich hier diesen... Ja, du bist da links, glaub ich. Was bist du doch hier? Oder dieses Kreuz? Ja. Alter. Alter. Aber da sind, Achtung, da sind, glaub ich, Monster. Oh, was ist das denn hier? Guck mal, ein Tisch. Ich hab ne Werkbank zwischenzeitlich passieren müssen. Ach so. Ich hab die mal eingepackt. Oh, was ist das? Was ist das? Ich sag ja, da sind Grafitmonster. Was ist das? Was ist das? Mach es weg. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Das ist ein Elementar, das ist ein Elementar. Mach es weg. Ah, guck mal, ich hab's weggeschubst. Oh, Hackbart, ei, ei, ei. Deswegen hab ich mich eingesperrt, damit ich in Ruhe meinen Lebtag verbringen kann. Ja. Dann sperr uns mal wieder einen hier, mach mal was Sinnvolles. Mach mal was Sinnvolles, weißt du? Da, 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 da. Ach so, vielleicht sollte ich auch mal meine Axt. Vielleicht solltest du auch eine Hacke, sonst buddeln nur wir. Ja, danke für den Tab. Guck, wollen wir uns nicht gebuddelt haben? Da kommt wieder was. Ja? Wo? Von hinten? Ich hab schon wieder ein Monster gehört. Ich kann mich nicht heilen. Doch, ich hab einen leichten Heiltrank irgendwo. Warte mal. Das wird dir böse enden, glaub ich. Wie benutze ich den nochmal? Du? Äh, ich glaub in die Hand nehmen, linke Maustaste. Ah. Nichts. Nee, du musst dir doch... Einfach auswählen, rechte Maustaste. Auch das nicht. Nee, du musst dir doch da... Ich muss ja wahrscheinlich auf mich drauf, doch jetzt so. Alles klar. Auf dich drauf? War das auf dich drauf? Ich bin nicht auf mich drauf. Nein, nein. Also der Heiltrank. Ja, ja. Geht das? Und dann auf dich selber klicken. Aha, okay. Das wollte ich wissen. Ah! Ah, da ist er! Ich sterbe! Das ist elementar, das ist elementar. Nein, nein. Einfach nur gegenschlagen. Das schlägt zurück. Ich hab gegengeschlagen. Nein, das fliegt so ein bisschen zurück. Quanchi, wo stehst du drauf? Fliegst du? Nirgendswo, ich hab doch dieses Ding. An der Acke. An der Acke. An der Acke. Ich will auch sowas. Was ist das? Eisenerz, okay. Du solltest dich jetzt gleich lieber verteidigen. Echt? Okay. Kommt der hoch? Ja. Sicher? Kommt auch noch so ein Riesenblubbel gleich. Der kommt nicht. Boah, guck mal die dicke da. Schleim-Mami. Die dicke Bär da. Die dicke Bär da. Der heißt Schleim-Mami. Ja. Komm jetzt du, elementar. Guck mal, wie gut ein Bumerang ist. Und wen hast du den nochmal? Weiß nicht. Geschenke krieg ich. Okay. Von Weihnachtsmann. Von der Weihnachtskuh. Ah, verstehe. Die ist immer cool. Sollen wir mal eine Pause machen vielleicht? Pause machen? Ja, machen wir mal eine Pause. Ich würde sagen... Ach so, nee, du hast die Ansage gemacht. Nee, ich würde sagen, dass ich mal sage, dass wir... Sag doch, was du willst. Oh, dann ist Gold. Achso. Jetzt hast du es. Okay. Boah, was? Ich habe kein Geld mehr. Das ist ja voll krass. Alles weg. Ist ja Ultra. Das ist ein Problem. Ja, ich bin gestorben. Da oben ist doch noch Eisenerz oder nicht? Hm. Naja. Stimmt, eins. Okay, egal. Ähm. Ja. Ich pupse. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder mit Terraria und den Jungs von Amisier Tablette. Und ich dachte, bis dann. Ciao. Haut rein. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020